In diesem Tutorial trainieren wir den Laut N als Einzellaut. Ziel der Übung ist, dass das Kind lernt, den Laut N richtig zu sprechen. Hierzu verwenden wir die Lautgeste von Nina, der Spielfeld Geburtstagsparty, zwei Glassteine als Spielfiguren, alles aus dem Spiel Memo, Wörter und Co. sowie einen Zahlenwürfel aus ihrem Bestand. Die Sprechübung ist in ein kleines Spiel eingebunden. Wir sagen zu dem Kind, heute feiert Nina ihre Geburtstagsparty und wir sind auch eingeladen. Jeder stellt seine Spielfigur auf den Startplatz. Jetzt wird abwechselnd gewürfelt. Bei jedem Schritt zu Nina hin üben wir ihre Geheimsprache. Landet man auf einem roten Lauffeld, darf man noch einmal würfeln. Landet man auf einem gelben Feld, muss man eine Runde aussetzen. Wer zuerst bei Nina ankommt, hat gewonnen. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 1, 2, 3, 4, 5 Nochmal 4 1, 2, 3, 4 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6